so so hallo Leute ich bin's Elektrix wir machen heute wieder ein Netzplay von dem Spiel Crossfire und ich fange mal mit der Minigun an ich wünsche euch viel Spaß das einzige was ein bisschen dopender ist, dass man so langsam läuft also wenn man dann hier vorgeht ja, da ist natürlich ein bisschen scheiße wenn einer auf den oben kommt äh wir machen doch Chancen ja mich k j ja j ja ja so, da sind da die. und ich hab's mit Gratis-RP ich kann natürlich auch PSF kaufen aber ist das PSF? naja ist mir halt ein bisschen bleh BAM hier und hier Scheiße um das ist ein Blocker ich hoffe das haut auch diesmal mit dem Ton hin ja hier huah Headshot Doppelkill keine Gegner mehr doch ein Camper Noob Camper wir nehmen die Ingun oder hier Gatling Gun aber das ist Scheiße wenn ich sofort los schieße aber naja da hab ich so wird nicht hin das ist für ha 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 ok äh Minigern ist hier nicht besonders gut Bei Thompson hier ist schon hier ein Perfekt für die Netten, viel schnell, viel Schuss immer dazu, genau. Wow. Ja. Zubo. Wie geht es? Wie geht es? Nein, wie geht es nicht? Das ist so scheiße die Waffe, ich weiß nicht was da alle laufen mit so einem schwulen Tiger rum, obwohl die total kacke ist. Also ich kann die nicht leiden. Viele können die gut leiden, aber ich kann die nicht leiden. Ich bin letzter, ist ja peinlich. Na ja. So, kacke. So, kacke. Ah. Voll gerust. In die Base reingewascht. Oh, 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 oh. Team Kill, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Von oben. Huah. Ein Ultra-Kill habe ich hingelegt. Junge. Also ich mag Thomas und Sohn. Ganz schön. Nächste Runde nehmen wir uns mal einen Minigun. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Minigun. Das ist Desert Eagle. Erstmal zum Vorlaufen. Das dauert es ja eh. Huah. Nein. Ho-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu. Das war's für heute. Also hier finde ich die Mini gar nicht so gut, also in anderen Naps macht sich das besser, zum Beispiel in Zombie, Zombie Modus ist jetzt ziemlich gut in Mini-Gan, hier finde ich sie toll, ein bisschen besser, ich finde sogar Ace. Hat er einmal meine Pumpen ausgerüstet? Haha. Okay, das waren jetzt so viele, oh ich bin bester aus dem ganzen Match. So und das war's denn auch heute schon für... Und ich beabschiede mich, bis zum nächsten Mal.